Für Riechidli Badzor könnte sich in diesem Sommer eine neue Chance in der Bundesliga ergeben. Der 27-jährige Verteidiger, der zuvor zwischen 2017 und 2019 für den VfL Wolfsburg spielte, steht im Visier zweier deutscher Vereine, Borussia Mönchengladbach und VfL Bochum. Beide Teams wären daran interessiert, den Spieler zurück in den deutschen Fußball zu holen, wie das Portal AZ Alerts berichtet, das sich auf Neuigkeiten über AZ Alkma, Badzors aktuellen Verein, spezialisiert hat. Badzor befindet sich derzeit im letzten Jahr seines Vertrages bei AZ Alkma, der im Juni nächsten Jahres ausläuft. Der Verteidiger hat seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt, als er letzte Saison als Innenverteidiger spielte und an 42 offiziellen Spielen teilnahm. Obwohl er ein zuverlässiger und leistungsstarker Spieler ist, war seine Position im Team umstritten. AZ Alkma-Trainer Martin Martens hat kürzlich angedeutet, dass er einen Linksfußverteidiger auf der linken Seite der Verteidigung bevorzugt, eine Position, die derzeit der Rechtshänder Badzor einnimmt. Dies könnte Raum für einen möglichen Transfer eröffnen, da Badzor nicht nur in der Abwehr spielen kann, sondern auch im defensiven Mittelfeld einen Beitrag leisten kann. Er hat gezeigt, dass er entschlossen ist, um seinen Platz im Team zu kämpfen, wäre aber auch offen für einen Wechsel, solange das sportliche Angebot attraktiv ist. Badzors möglicher Wechsel in die Bundesliga ist nicht auf das Interesse von Gladbach und Bochum beschränkt. Der Spieler hat auch die Aufmerksamkeit von Vereinen in anderen Märkten auf sich gezogen, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und sogar die englische Premier League. Ein Wechsel innerhalb der Eredivisie selbst scheint jedoch laut Quellen aus dem Umfeld des Spielers ausgeschlossen. Für Borussia Mönchengladbach könnte die Verpflichtung von Badzor eine strategische Ergänzung des Kaders sein, insbesondere angesichts der Notwendigkeit, die Abwehr zu verstärken und Trainer Gerardo Seuane mehr Optionen zu bieten. Badzors Bundesliga-Erfahrung und seine Fähigkeit, auf mehreren Defensiv- und Mittelfeldpositionen zu spielen, machen ihn zu einem interessanten Ziel für die Fohlen. Was geht, Fan? Glauben Sie, dass Richitli Badzor ein guter Neuzugang für Borussia Mönchengladbach wäre? Könnte er unserem Kader einen Mehrwert verleihen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Glauben Sie, dass Richitli Badzor ein guter Neuzugang für Borussia Mönchengladbach wäre?